Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX Analyse für Montag, den 22.03.2021 und unser DAX steht auf dem Sprungbrett, er ist zum Freitag am Sprungbrett angekommen und darf sich nun entscheiden, dass er sich einmal kräftig nach oben abschiebt und wieder Rocketman spielt oder nach unten ins Wasser plumpst, weil das sieht nicht ganz so überzeugend aus, muss man jetzt sagen, also der Fakt ist, wir wollten ihn unten sehen, er hat sich nach unten gelegt, wir wollten ihn reinsehen in die 630, in die 600, wir wollten dort von ihm eine Stabilisierung, die haben wir bekommen, leichter Überschuss, das war okay, ja 560, das hat man untergeordnet mit ein bisschen einstufen können. So, insoweit passt es, also er hat zumindest das gemacht, was man wollte, von der 800 hier jetzt erstmal wieder ein Stückchen zur Rollkarten, ja gesagt, da können jetzt auch mal wieder ein paar kräftige rote Kerzen reinkommen, zum Freitag können auch mal ein bisschen wieder sich was nach unten drücken, eine schöne rote Tageskerze, die rote Tageskerze haben wir bekommen, sollten wir zumindest bekommen haben, die sieht auch gut aus und die wird durchaus auch Platz geben für noch eine weitere Richtung, 14450 etwa, wenn wir das jetzt hier einfach mal so gegenlegen, also so im Bereich, ich sag mal 500 bis 450, das wäre jetzt attraktive Zielzone für den ersten Stoß, für den Montag und dann könnt ihr am Dienstag nochmal versuchen, hier aufs Band aufzusetzen, aufs mittlere Band, das dann so um 280 rumliegt, das wäre jetzt eine durchaus legitime Fortsetzung der Bewegung, aber wir sind noch an der Unterstützung, wir sind noch am Sprungbrett, er steht drauf, er ist jetzt hier raufgeklettert und wenn er sich jetzt kräftig nach oben abstößt, kann er bevor es richtig ins Wasser platscht auch noch ein paar Meter nach oben gehen und deswegen würde ich schon sagen, können wir hier auf jeden Fall vielleicht einen kleinen Short Trigger einbauen, wenn er zum Montag hier drunter durcharbeitet und ich muss so sagen, weiß nicht, die Kryptos, da ist so, geht irgendwie so ein bisschen so richtig flockig locker, scheint das Geld nicht mehr zu sitzen, also da sieht man tolle Zurückhaltung, so, dieses große Pushen, das ist momentan zurück, das fällt zwar alles noch nicht, aber das so richtig knallen tut es da auch nicht mehr und die Kryptos waren eigentlich übers Wochenende jetzt immer ganz schön indikativ, wie viel Geld so ein Markt rein oder raus geht und wenn ich jetzt so auf meine Watchlist gucke, ich meine, das hat sich auch, wir hatten das jetzt mal von Tag, ein paar Tagen schon mal angeguckt, da hat sich auch am Sonntagnachmittag komplett gedreht, da kam dann auch mal richtig was rein, aber hier ist jetzt echt der Großteil rot, das sind auch ganz wenige, die hier grün sind auf meiner Watchlist, das könnte natürlich unseren Dachs auch mit einem kleinen Abwärtsgip reinstoßen, so und ich sag mal, wenn der sich früh nicht zügig gefangen kriegt, dann purzelt der auch gerne mal durch, halt dann am Montag und von daher würde ich schon so sagen, eigentlich ist der Short Trigger mir persönlich zu tief, aber macht dort am meisten Sinn jetzt zu setzen, eigentlich würde ich ihn fast schon auf die 600 setzen, so vom eher, ich sag mal, ich will nicht sagen gefühlten Wert, aber so vom Empfahrungswert würde ich schon so sagen, also unter 600 wird er für mich wackelig, wackelig nochmal auf 5,60 und wenn die 5,60 nachgibt, dann wären das hier so Bereiche 4, 5, 40, 500, das ist durchaus legitim, aber ich könnte mir den fast eher noch hochziehen, aber macht hier am meisten Sinn, wir lassen mal hier, sollte der Dachs nämlich hier einfach nur ein neues Tiefkotz drunter setzen unter dem Freitag und direkt nach oben an, also richtig harte grüne Kerzen nach oben, dann wäre das für mich ein Long Verlag in dem Bereich um 7,50 nochmal rein. 7,50 wäre jetzt natürlich auch die Anlaufstelle, wenn der Dachs zum Montag positiv reinkommt, wenn er richtig mit Druck reinkommt, dann kann er 7,50 direkt anlaufen und dann macht er auch uns die 8,35 nochmal voll. Kommt der ganz zögerlich noch rein und wirklich wie so ein schüchternes kleines Kerlchen, das hier ängstlich auf seinem Brettchen rumsteht, dann passt er ein bisschen auf im Bereich um 6,70, 6,60. Da ist jetzt das mittlere Band, wenn er sich von dort nach unten abstößt, dann macht er sich lang. Dann geht er von dort nochmal auf die 5,60 und unter 5,60 runter auf 4,45. Und versucht das auch wirklich, die verschiedenen Punkte, die verschiedenen Szenarien mit reinzunehmen. Es geht nicht darum, dass wir 100% genau wissen, was macht der Markt morgen. Wir haben eine gewisse Grunderwartung. Trotzdem ist Aufgabe der technischen Analyse und auch eines technischen Traders, dann sehr genau zu gucken, was von dem, was wir erzählt haben, macht er denn. Weil in der Regel dann eben deine erhöhte Wahrscheinlichkeit ist. Das heißt, wenn wir sehen, dass er ganz ruhig und träge und schüchtern und an die 6,5, 6,60, 6,60, 6,70 ran stößt und er drückt sich dann plötzlich kräftig nach unten, dann ist das ein Punkt, wo ich sage, ey, schau rein. Weil dann kriegst du ihn bestimmt bis hier unten getreten. Wenn ich sehe, dass er hier runterläuft und er hackt mir hier eine lange grüne Kerze rein, dann gehe ich dort lang. Lege mir den Stopp drunter. Wenn ich aber sehe, der ist total schwach und der kleckert sich hier einfach unten durch, ohne dass überhaupt irgendjemand reinkauft, dann kann ich den auch noch weiter shorten. Dann kann ich ihm vielleicht ein bisschen in den Bereich reinschorten. Und wenn ich sehe, er zeigt massive Stärke, dann wäre es üblich, dass in die 7,50 und 8,35 reingelaufen ist. Das heißt, das sind meine Niveaus, an denen ich dann Teilgewinne mitnehme und dann gucke, was kann ich dann morgen wieder mitnehmen. Und damit haben wir dann als Techniker später letztendlich den Vorteil, nicht, dass wir wissen, was morgen kommt, sondern wir haben den Vorteil, dass wir jeden Tag eigentlich vorbereitet sind auf das, was kommen kann, weil eben für ein Käuferverhalten oder für ein Verkäuferverhalten, und das ist das, was wir am Chart auslesen, können wir bestimmte Reaktionen einfach vorausahnen, weil der Chart und die Muster sich dann immer wieder ähneln in solchen Situationen. Weil die Menschen einfach immer wieder gleich reagieren. Das Verhältnis von Käufern und Verkäufern. Das ist der Vorteil, den wir in dem Moment haben und den sollten wir dann auch ausspielen und dann halt eben auch wirklich ehrlich zu uns sagen, wie sieht denn das aus? Das muss man reflektieren, muss man selber reflektieren. Wie sieht der Markt gerade an dem Punkt aus? Und dann kann ich mir dort den entsprechenden Trade eben mit reinladen, habe einen Vorteil und kann so von Tag und Tag mir immer wieder Gewinne rausholen. Ganz egal, ob der DAX bei 19.600 steht, bei 14.600 oder bei 12.100. Das kann mir dann total egal sein, ob er steigt oder fällt, weil ich mir einfach meine Punkte dann an den wichtigen technischen Reaktionsmarken rausholen kann. Das ist der Vorteil, deswegen setzen wir uns auch jeden Tag hin, machen jeden Tag die Morgenanalyse, um dann eben ein bisschen was mitzunehmen. Und das kann man natürlich ideal nutzen, wenn man nicht ohne Stop-Loss Wochen, Monate lang in irgendwelchen Schieflagen drin sitzt. Weil dann ist man handlungsunfähig, guckt sich jeden Tag das Video vielleicht an, sitzt dann irgendwo in Positionen fest, die vielleicht hier stecken, kann überhaupt nichts von den schönen Marken und Punkten mitnehmen und deswegen dort wirklich der Appell, versucht sowas zu vermeiden, versucht durch die Zukunft oder zügig von Positionen, die absolut nicht so laufen, wie ihr das wollt, zu trennen, damit man dann eben immer wieder in den schönen Bewegungen was mitnehmen kann. Insofern bringt das vielleicht auch noch mal dem einen oder anderen hier ein bisschen Licht ins Dunkel, weil so viel braucht man zum technischen Ausgangslager nicht sagen, wir haben eine kleine Vorlage nach oben, aber wir dürfen auch nicht vergessen, wir sind den ganzen Meter gestiegen und wir haben die ersten Umkehrsignale bekommen, am Donnerstag schon, haben das auch gesagt, dass ihr deswegen am Freitag nach unten drücken könntet, das hat er getan, das heißt, wir haben auch das Umkehrsignal bestätigt und wenn jetzt weitere Schwäche sich reinzieht, dann kann das nach unten gut einen Meter losgehen. Und da wäre mein erster Zielbereich wäre um die 4,40, wenn er Schwäche zeigt und dann eben auch der Bereich um 2,80 und bestimmt auch, der geht bestimmt auch tiefer dann halt, aber das wird dann dreiwillig, da wird dann hier erstmal so ein Bogen schlagen, da wird er nochmal hoch auf die 500, 400, eher die 500 kommen, 550, 500 und dann lässt er sich hier nochmal runterseilen bis in den Bereich hier. Das würde dann so hier, das wäre dann so eine Bewegung, die wir sehen könnten und das wird man uns dann aber in dem Moment nochmal neu anschauen halt. Und so einfach von Tag zu Tag hier uns ein paar Punkte rausbeißen. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, ich mache das Video aus, hatten wir einen Tagesschart geguckt, ja, wir hatten einen Tagesschart geguckt, schöne rote Kerze, die gibt, haben wir gesagt, nach unten erstmal Platz bis in den Bereich hier, von daher habt ihr das ein bisschen im Hinterkopf, insbesondere wenn er sich vielleicht so von 6,60, 6,70 nach unten wegdreht oder grundsätzlich sehr lethargisch wirkt, sehr schwach wirkt, nicht viel Geld reinkommt, so wirken die Kryptos zumindest jetzt auch am Wochenende, da merkt man noch nicht viel von Stimuluschecks, die reingepumpt sind, ne, dann gibt ihm nach unten, passt hier unten am Tief so ein bisschen auf, das ist so ein Bereich, wo der DAX ganz typisch gerne einfach dann eine Finte schlägt, kurz drunter sticht und dann fette grüne Kerzen, das wären dann Longchancen, auch wieder rein in den Bereich um 6,60, 6,70 und wenn er den nach oben ausgelöst bekommt, in den Bereich hier 6,60, 6,70, dann haben wir auch wieder Chance auf 7,50 und 8,35 und mehr, okay, gut, damit haben wir ein schönes Schlusswort, viel Erfolg zum Montag und wir hören uns dann morgen wieder, bis dahin, ciao!